Ja, hi Leute, Wolfgang hier. Willkommen zu diesem neuen TYPO3-Video. Beim letzten oder bei einem der letzten Live-Coachings der TYPO3-Masterclass kam eine Frage auf. Und zwar, wie kann man ein Bild, das man in einem Text-Media-Content-Element zum Beispiel hinterlegt hat, so auslesen, dass es als Background-Image, also als Hintergrund-Bild für dieses Content-Element dann ausgegeben werden kann. Die Idee des Teilnehmers war quasi, über die Layout- oder Frame-Class-Select-Box das Layout des Content-Elements zu ändern und dann so eine Art Card-Design eben zu haben, wo das Bild, das im Content-Element definiert ist, einfach als Background-Image im CSS ausgegeben wird. Sein Ansatz war da, das Ganze per Typoscript zu lösen über das Files-Object, was theoretisch eigentlich auch gehen sollte. Das habe ich aber jetzt gar nicht näher verfolgt. Ich habe da ein bisschen einen anderen Ansatz gewählt und ich zeige dir mal, was dabei rauskommt. Und zwar möchte ich einfach, dass ein Text-Media-Content-Element, das normalerweise so aussieht, hier mit einer Headline, ein bisschen Text und ein Bild, hinterher dann zum Beispiel so aussehen kann. Das Bild als Hintergrundbild, der Text hier. Ich gebe zu, die Farben sind jetzt nicht perfekt, aber ich habe das jetzt einfach nur in ein paar Minuten mal hingeknüppelt. Ich zeige dir jetzt mal einen Ansatz, wie ich sowas machen würde. Es gibt natürlich wie immer tausend andere Wege und zig Möglichkeiten, das zu machen. Das ist auch jetzt nicht perfekt optimiert für Responsive Design und was auch immer. Da gibt es sicher noch Optimierungsbedarf nach oben. Aber das ist, denke ich, zumindest eine ganz gute Grundlage und eine Möglichkeit, wie man sowas machen kann. Schauen wir uns jetzt also mal an. Bevor wir dazu kommen, aber noch ein kleiner Hinweis. Ich würde mich natürlich extrem freuen, wenn du diesem Video jetzt schon mal einen Daumen hoch gibst von wegen Algorithmus und so. Das muss man natürlich beachten, dass das Ganze hier gut gerankt wird. Und noch cooler wäre es, wenn du das noch nicht gemacht hast, du auch diesen Kanal hier abonnierst. Dann verpasst du nämlich keine zukünftigen Videos. Den Spruch muss ich sagen, weil das ist wohl erwiesen, dass wenn man das am Anfang des Videos sagt und auch immer mal wieder zwischendrin, dass dann tatsächlich mehr Leute den Daumen hoch geben und abonnieren. Und ja, okay. Aber jetzt kommen wir mal zum Thema. Gut, ich gehe jetzt mal hier so ein bisschen im Schnelldurchgang durch und wechsle dazu mal in meinen Editor. Die Basis ist Typo 3.11 und zwar das Side Package aus meinem Typo 3.11 Video Training. Zur Info, ich habe hier schon im Typo Script Lib Content Element Partial und Template Root Paths erweitert, da ich schon im Videotraining ein paar Dateien von Fluid Styled Content angepasst habe. Und das ist jetzt auch der Schritt, den ich für diesen Fall machen möchte. Also du musst eben schauen, dass du über Lib Content Element Partial Root Paths und Template Root Paths die Standard Templates von Fluid Styled Content erweiterst oder die Pfade besser gesagt erweiterst. Das kann dann in deinem Side Package liegen, kannst das theoretisch auch im File Admin ablegen, wo auch immer. Also das ist die Grundvoraussetzung. Dann gehen wir noch mal kurz ins Backend. Die Umschaltung zwischen diesen beiden Darstellungen habe ich in dem Fall jetzt hier über das Layout Feld gemacht. Ich bin hier also in diesem Text Media Content Element, sehe hier die Headline, den Text, hier eben das verwendete Bild und habe jetzt hier mich für das Layout Feld entschieden. Du kannst es auch über Frame Class machen oder wie auch immer. Und habe hier halt die Option, Bild als Hintergrund auszuwählen. Standardmäßig, die Default Ansicht wäre also diese hier, dass eben das Bild jetzt neben dem Text ist. Das habe ich einfach so eingestellt. Und wenn ich aber hier jetzt sage, okay, ich hätte das Bild gern als Hintergrundbild, speichern, neu laden, dann sieht das eben so aus. Gut, wie habe ich das Ganze jetzt umgesetzt? Gehen wir dazu mal weiter. Diese Auswahloption habe ich hier über Page TS Config hier zugefügt, hier in Zeile 35 bis 37. Gehe hier einfach über TCE Form, TD Content Layout Types Text Media nur an das Text Medien Content Element. Das heißt, diese Option steht nur im Text Medien Content Element zur Verfügung, in keinem anderen. Wenn du das mit Text Bild natürlich auch machen willst, dann könntest du das dementsprechend jetzt noch erweitern, ergänzen. Wenn du das generell zur Auswahl stellen möchtest, dann nimmst du einfach dieses Types Text Media weg. Das geht natürlich auch. Aber ich halte es für relativ sinnvoll, so etwas auf das Content Element letztendlich zu beschränken, mit dem ich das umsetzen möchte. Das liefert mir also diese Umschaltoption. Dann brauche ich natürlich das Text Media Template aus Fluid Styled Content. Bei mir ist das jetzt hier zu finden im Ordner Vendor Typo 3 CMS Fluid Styled Content Resources Private Templates. Da haben wir hier unten Text Media. Bei mir liegt das jetzt in Vendor, weil ich hier schon eine neue Verzeichnisstruktur nutze, die in Typo 3.11 noch nicht Standard ist, aber wahrscheinlich bald kommen wird, voraussichtlich. Wenn du diese neue Verzeichnisstruktur noch nicht hast, dann liegt dein Template, dein Original Template hier im Ordner Public. Dann findest du hier einen Ordner Typo 3 und da drin findest du einen Ordner Sys Ext, also System Extensions. Und da drin wiederum Fluid Styled Content und dann ist es der gleiche Pfad, Resources Private Templates. Also musst du einfach schauen, wo dieses Text Media Template liegt. Die Original Datei habe ich mir in mein Site Package kopiert. Und zwar habe ich hier in meinem Site Package, das ist hier, einen Ordner angelegt, Resources Private Extensions Fluid Styled Content Templates und hier habe ich das reinkopiert. Und du erinnerst dich, hier habe ich auch den Pfad entsprechend schon angepasst für die Templates. Gucken wir uns mal diese Text Media Datei an. Was habe ich da gemacht? Ich frage hier über einen Switch Case View Helper den Wert von Data.Layout ab. In Data Layout steht das, was ich im Backend hier auswähle. Und bei meinem Bild als Hintergrund hat das den Wert 100. Das habe ich ja im Page TS Config so definiert. Dementsprechend frage ich hier ab, wenn der Wert gleich 100 ist, dann rendere mir hier ein Partial. Ich habe das in ein Partial ausgelagert, damit das Ganze ein bisschen übersichtlicher ist. Ansonsten der Default Case, wenn nichts ausgewählt ist, dann ist hier die ganz normale Ausgabe von dem Text Media Template. Also das ist hier der Original Code. Dieses Diff ist das Original sozusagen. Und ich habe hier einfach diesen Switch Case View Helper um das Original herum gebaut. Gut, hier lade ich jetzt ein Partial. Das habe ich extra angelegt. Das finde ich bei mir hier auch in Resources, Private Extensions, Fluid Styled Content Partials liegt hier. Warum lege ich das in Fluid Styled Content ab, obwohl es das gar nicht im Original in Fluid Styled Content gibt? Weil wir hier halt in diesem Kontext sind. Ja, wir sind hier im Kontext von Fluid Styled Content und wenn ich hier ein Partial aufrufe, dann wird das in diesem Verzeichnis einfach erwartet. Das habe ich ja auch hier definiert als zusätzlichen Partial Root Path. Okay, schauen wir uns das Partial an. Card BG Image Punkt HTML. Gehen wir erstmal auf diesen unteren Bereich hier ein. Hier erzeuge ich jetzt einfach ein Diff mit einer bestimmten Klasse. Da drin nochmal ein Diff. Und in diesem inneren Diff wird dann einfach der Inhalt des Body Texts ausgegeben. Also der Fließtext, den ich im RTE einpflege. Ah, noch was. Die Überschrift wird einfach hier oben ganz normal aufgerufen. Die habe ich hier also nicht berücksichtigt. Du kannst das Ganze natürlich auch so umbauen, dass eventuell auch die Überschrift innerhalb dieser Karte, nenne ich das jetzt mal, ausgegeben wird. Habe ich bei mir jetzt nicht gemacht, aber solltest du hinkriegen. Gehen wir nochmal hier rein. Die ganze Magic in Anführungszeichen passiert jetzt eigentlich im CSS. Und hier habe ich jetzt den Asset CSS View Helper genommen, damit mir dieses CSS zum einen nur dann gerendert wird, wenn ich es wirklich brauche. Zum anderen kann ich hier innerhalb des CSS nämlich auf weitere Fluid View Helper zugreifen. Und ich nutze hier den furi.image View Helper. Der liefert mir den absoluten Pfad zu einem Bild. Und hier kann ich als Parameter Image ein Bildobjekt übergeben. Da sage ich einfach Files Punkt Null. Files Punkt Null liefert mir das erste Bild im Content Element. Ja, da können ja auch mehrere Bilder hinterlegt sein. Ich habe mich jetzt einfach dafür entschieden, hier immer das erste Bild auszuwerten. Dann habe ich noch ein paar weitere Parameter übergeben. Max Width gleich 1200 habe ich jetzt einfach mal hier ausgewählt oder festgelegt, besser gesagt. Damit sage ich, dass das Bild, was hier ausgegeben wird, maximal 1200 Pixel breit ist. Macht in meinem Layout auch keinen Sinn, da ein größeres Bild jetzt zu rendern. Und über Crop Variant gleich Desktop berücksichtige ich die Crop Variante für die Desktop Ansicht. Denn ich habe in meinem Site Package das Ganze auch so konfiguriert. Das sehen wir hier, dass ich hier verschiedene Crop Varianten nutzen kann für verschiedene Viewport Größen. Und ich sage jetzt einfach, okay, ich beschränke mich hier jetzt mal auf die Desktop Variante. Das hat auch zur Folge, wenn ich das Bild jetzt hier bearbeite und hier mal irgendeinen anderen Ausschnitt wähle. Nehmen wir mal hier irgendwie diese Felsen hier, dann sieht man das ganz gut. Sage Accept, Save. Lade jetzt mal neu. Dann siehst du, ändert sich eben auch der Ausschnitt hier. Ansonsten ist das ganz normales CSS, was wir hier oder was ich hier nutze. Background Size Cover, dann füllt das eben den Bereich immer aus. Background Position wird einfach zentriert hier. Ich könnte ja auch Center schreiben, das hat den gleichen Effekt. Dann hier noch ein bisschen für den Text, dass der zentriert wird. Wie groß soll das Element sein? Also Breite 100%. Ich habe hier eine Minimalhöhe von 8 Rem definiert, bisschen Padding Border. Und dass dieser Text hier immer zentriert wird oder diese Textbox besser gesagt, das habe ich über Flexbox hier erreicht. Ich gebe dem umgebenden Container einfach hier Display Flex und Align Items Center und Justify Content Center sorgt dafür, dass dieser Container hier, dieses Flex Item letztendlich immer zentriert dargestellt wird. Hier noch ein bisschen CSS drauf und das war es eigentlich. Ist wie gesagt nur eine sehr rudimentäre Umsetzung, kann man garantiert noch verbessern, auch Stichwort Responsive Design, dass man hier vielleicht auch verschiedene Crop-Varianten berücksichtigt für verschiedene Viewports. Das habe ich jetzt alles nicht berücksichtigt, aber wenn du hier mit Media Queries arbeitest, dann ist das ja auch kein Problem. Dann kannst du sagen, okay, CardBG-Image für die Desktop-Ansicht, Crop-Variante Desktop. Dann mache ich vielleicht eine Media Query mit MaxWith oder MinWith und gehe dann halt auf eine andere Variante. Ist also ausbaufähig, denke ich. Wenn man sich ein bisschen damit auskennt mit CSS, kriegt man das, glaube ich, ziemlich einfach hin. Ja, und das war es eigentlich schon. Also das Ganze funktioniert tatsächlich ohne Typoscript. Beim Teilnehmer im Live-Coaching, Grüße gehen raus, Hans Dietmar. Er hatte das per Typoscript versucht und ich dachte eigentlich auch, man müsste das eigentlich im Fluid-Template alles lösen können. Hat bei ihm leider im ersten Anlauf nicht funktioniert. Ich weiß jetzt nicht genau warum, aber das ist jetzt die Variante, wie ich das machen würde. Ist, denke ich, am einfachsten. Ich brauche keine Typoscript-Magic irgendwie. Ich komme ja an die Daten im Fluid-Template eigentlich immer ran. Ist, wie gesagt, nur eine rudimentäre Variante. Es geht mir ja darum zu zeigen, wie ich die verschiedenen Möglichkeiten nutzen kann. Was ich dann im Detail draus mache, das bleibt ja jedem wieder selber überlassen. Da könnt ihr euch austoben und das Ganze noch optimieren bis zum Gehtnichtmehr. Ja, damit wären wir durch. Ich hoffe, das Video hat jetzt dem einen oder anderen was gebracht. Und wie gesagt, ich würde mich extrem über einen Daumen hoch freuen und vor allem über ein Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr keine zukünftigen Videos verpasst. Das wäre echt cool. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei einem der nächsten Videos. Macht's gut. Bis dann. Bis dann.